Hey Leute, ich weiß nicht, ob ihr die Ja-Challenge kennt, aber ich habe mir überlegt, dass Nathan heute den ganzen Tag zu allem, egal was ich möchte, Ja sagen wird. Und ich hoffe, das Video gefällt euch. Wenn ja, gebt gerne einen Daumen nach oben da und abonniert diesen Channel. Nathan? Ja. Du musst jetzt in den Teich springen. Auf gar keinen Fall. Doch, du musst heute zu allem Ja sagen. Was spät haben wir bitte? Ich spring nicht um 8 Uhr morgens in den Teich. Guck mal, wie viel Grad wir haben. Wie viel Grad haben wir gerade? Es sind jetzt gerade 6 Grad. Genau, ich spring jetzt in den Teich. Los! Ich hab mir ne Jacke. Wow, ich nehm deine Schuhe. Warte kurz. Oh wow. Oh wow. Es ist nämlich echt kalt. Es ist so kalt. Ahhhhh! Wir fahren es. PEEP! 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 Leute, in der Früh, immer kurz schwimmen gehen, ist gesund. Oh mein Gott. Jo Leute, ich übernehme jetzt mal das Video von meinem YouTube-Channel wieder. Wir drehen heute die... Und zwar die Ace Family. Schon mal so ein Video gedreht, also von denen ist das inspiriert. Ich muss heute zu allem, was Annika mir sagt, Ja sagen. Ich bin jetzt auf jeden Fall wach, ich war jetzt gerade duschen. Und jetzt gleich fahren wir zu einem Event. Denn wir sind heute auf einem Event und treffen ganz viele von uns da draußen. Und jetzt viel Spaß und weiter im Video. Ja! Jetzt schneidest du dich eh raus, bitte. Danke. Ich bin jetzt auf jeden Fall. Nathan, mach dem Taxifahrer ein Kompliment. Sofort! Wissen Sie was? Sie sind ein ganz schön cooler Taxifahrer. Ach so? Wir machen auch... äh... Warm machen, ne? Ah, sehr gut, dankeschön. Sie sind cool, dankeschön. Warm machen, ne? Wie horny. Wie horny. Feuer! Wie horny. Schau mal, die wollen immer, dass ich mache, ne? Aber trauen sich selber nicht. Hallo, du musst zu einem Ja sagen. Wir drehen das um, du musst bald auch... Nächstes Video musst du zu einem Ja sagen. Ne. Wie viel Likes bei... wie viel Likes? Übertreib nicht jetzt. Chill. 2.000. 5.000 Likes. Bei 5.000 Likes? 3,5. Okay, 3.000... 3.500? Okay, bei 3.500 Likes muss sie zu einem Ja sagen. Na, na, na. Deal. Hallo. Seid ihr hier in einer Privatlimousine? Und da하는 was richtig geil ist! Na, na, na! Du musst Ja sagen! Also dieses Samofe, was das da sind, deren Kleidung nehmen. Und anziehen und wegrennen. Und wegrennen. Ohne was zu sagen. Ja, nur die Jacke. Ja, nur die ja. Wenn du es nicht schaffst, kriegst du eine Strahlung. Und jetzt, du weißt, was du auch für uns willst. Hey, 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 Goldberg, der hat mich geklaut. Die Challenge war, eine Jacke zu klauen. Nata, freeze. Kannst du die Kamera auf Nata enthalten? Weil ich kenne dieses Stress glaube ich, aber das gibt es eigentlich nicht. Ich kann nicht warten, aber ich glaube, es ist nicht gut. Okay, anfangen. Sorry. Willst du was für seinen Vlog sagen? Was soll ich das sagen? Irgendwie, ich hab dich lieben, Nata oder so. Hey, ich hab dich lieben. Okay, süß. Danke. Ich hab dich lieben, Nata. Hat es euch gefallen? Ja! Ach man, ich wollte gerade was sagen. Was dann? Beyond. Darf ich mitmachen? Ja. Okay. Was machen wir zusammen? Eins, zwei, drei. Heu! 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 Kommst du? Ich mag es nicht. Heu! Wir waren jetzt gerade stundenlang dabei beschäftigt, mit euch Fotos zu machen. Ihr habt davon eh einen kleinen Ausschnitt gesehen, aber wir haben das jetzt gerade mehr wegen so stunden durchgezogen. Bei 3500 likes zu haben, musst du zu einem mal sagen. Ne. Wir sind so müde, ihr glaubt das gar nicht. Es sieht immer so easy aus, so ein paar Bilder machen, aber wenn man das ein paar Stunden macht und jedem ein Autogramm gibt und jedem aufs T-Shirt unterschreibt. Ich glaub es hat euch gefallen. Und jetzt bin ich einfach schlafen. Okay, reicht für 2. Wisst ihr, wann das Tag zum Haugarten fährt? Wenn wir um 6 Uhr. Ich glaub jetzt dann gleich. Weil ich kann echt nicht mehr. Ich hab gerade im Video gesagt, also wie kaputt man nun wird. Ja, ne. Machst du ein Video? Was ich sagen wollte, bitte be horny. Er denkt sich so, hä, was ist gerade los? Ja. Ja, ich bin. Ich hab gerade für die, die ist wieder zu Zeit. Sag, dir geht der Weihnachtsbauer. Ich hab gerade ein Video.